Was war der Küratör in Venedig? Weil Boris Kremer als Küratör gesagt hat, müssen wir nicht sein Vitaille auf Venedig zu gehen. Das war 2004, das Jahr nach dem Nürzbüch, den Goldenen Leif gewonnen hat. Das war ein bisschen so ein Wied im Moment, wenn ich die Impression gehabt habe. Es war ein bisschen unklar, ob es der Mood am, oder der Casino zu organisieren. Ich weiß nicht, ob das eine Rivalität wurde, weil das habe ich auch später gelesen. Aber es war so, dass wir an Brech gesprungen sind, wenn wir hier gesagt haben, meine Projekte zuerst steht, den Ominese-Set, wo Venedig gebaut ging, und noch gebaut ging, an den Nassamgängen zu verfallen. Ich würde gerne etwas machen als Film, für den dann zu Venedig, als wieder in Venedig zu weisen. Ich habe den Eindruck, dass man ganz froh war, dass man kommt, weil das heißt, ich möchte nicht weiter müssen, ich will euch gehen, wen dann darf, wer nicht darf. Wir müssen den ASBL gründen, weil es gibt keinen Träger. Das hat heute, wie gesagt, entweder den Mood am, oder den Casino nicht. Das hat mir nicht, das hat irgendeine Gesellschaft gegründet, für die Felsuren zu kriegen, die die Ministerreise zur Verfügung gestellt wird. Das hat auch schon direkt ein großes Problem gemacht, weil ich nämlich, dass die Idee von einem Film drehen, lang eher zu Venedig abgeht, das ist ein großes Problem, wegen dem schönen Wort Cashflow, wie ich das beschrieben habe. Den hat gefehlt, dass ich mir auch ein bisschen so lehnen konnte, bei der Bank als ASBL. Und da hat auch ein bisschen die finanzielle Mühe von dem Projekt angefangen. Das heißt, wir haben ganz viel zu, ein bisschen administrativ bedenkt, veräußern, überhaupt nicht, ob wir drehen konnten. Wie wir dann umsetzt zu erst gedreht hatten, das waren vier oder fünf, bis ich bei minus zehn, nur das war ganz flott, ganz agierabel. Wir hatten eine gemeinsame Equipe, effektiv. Und das war letztendlich mein bestes Souvenir in der ganzen Geschichte. Die ganze Geschichte sind doch noch sind Probleme weitergegangen, weil wir haben gemeint, der Film soll zu Venedig an einem Kino laufen, was für einen Film nicht unbedingt eine schlechte Idee ist. Wir hatten mal den Tag für Venedig auch einen Diensthof gemacht, die wurden interessiert, den Film zu projezieren, nachdem sie es nicht gesehen hatten. Da konnte man gesagt, wir müssten unbedingt den Pavillon bespielen. spätestens war klar, dass es nicht durchgegangen wird, die da waren. Es war auch so, dass die Societeit Deluxe, die die sich geriert haben, zu erst, die haben eine immense Rolle gefordert, um ihn zu bespielen. Es war auch klar, dass die Souvenir nicht da waren. dem Ministerium versprach, sie geben das lesende Problem. Das tun sie nicht. Dann hast du parallel an der Cinematheik gelesen und am Pavillon. Am Pavillon wird das natürlich bedeuten, dass relativ viele Freien, du weißt auch, wie die Freien sind, in der Tisch gesetzt, denen passen auf, das alles nicht mehr lebt. Dazu hat das alles an drei Zölen gedreht. Zum Schluss war das ASBL bankrott, so gut wie, und mir hat ein Twister in die Schlagen gestorben. Gott sei Dank kann ich dann denken, ASBL nicht persönlich belegen, dass es da geht. Denn Mutter muss den Film machen. Das habe ich keiner davon, dass sie zur Schulter gedeckt gehen, sodass man heute eine neue Gesellschaft wird. Der Film ist ein Stern auf Basis von zwei Ideen. die eng wurde, dass das Set zu Venedig besser in ähnliche Situation also Potemkin auch als Kontinuität von dem Bertheising-Projekt in dem auch ich bin ganz klar dabei, dass die Absenz von einem Pavillon zu Venedig thematisiert hat. Und Potemkin insofern das hat für mich ein bisschen das wieder gespiegelt hat, was Lützebüch zu dem Zeit probiert hat, zu merken, auch Lona immer wahrscheinlich, das hat sozusagen eine Kulturszene abzubauen. Dass so etwas gefährlich kann sein, wird anhand von dem Set der Weisen, den schon relativ entklagiert, wo viele Sonntage geflossen wurden, wo aber nicht allzu viele Schäd-œuvre gedreht wurden. Zu den Kulissen kann ich ohne weiteres auch Gebäude mit der Mutter rechnen. Das hat sich dann ein bisschen von den Ambitionen, die 1995 Sterne sind. dass sie noch gleichzeitig die Jahre gewirkt, wo ich zu Lützebüch relativ viel aktiv war, das ist für mich so besser als ein Teil von der Geschichte gesehen. Im Nachhinein gebe ich auch so, dass das war ein ganz vorauslaufend, wo gewissen Pionier gehst, der Casino hat die Zeit eine ganz flotte Rolle gespielt, das gibt die Manifeste aus Lützebüch, die auch ganz viel bewirkt hat. Und 2004, wie man das wollte meinen, du warst schon nicht mehr zu Lützebüch, das hätte ich dich noch mal aufgeschlossen und vor allem eine relativ gute Möglichkeit zu den Punkt zu machen. Wir haben viele Akteure an diesem Film, das ist ein Kurzfilm, den spielt sich an dem Berglerdorf und es sind zwei soorten Verhandlungen der denen, dass die Scuren zwischen den vier Akteuren, die sich mit Definitionen an ähnliche Sagen bombardieren und am Anfang lernen sie nicht zu sprechen. Ich schwätze nicht mal. Wir haben auch absichtlich ganz, ganz schlechte Akte in das Gesicht, weil das soll wirklich extrem hülsame rüberkommen. Und ja, wenn sie nicht mal nicht zu sprechen, dann bringen sie sich um. das ist ein bisschen wie bei Itchy & Scratchy, da hat sie sich mit Methoden heraus, sich gegenseitig zu zerflächen, die ein bisschen ihrer ästhetischen Haltung korrespondieren. Da hat sie einen russischen Theoretiker, wir haben einen Deutsch-Molar-Genie, wir haben einen amerikanischen Convivial-Artist und dann haben wir auch eine ähnliche kuratorische Kuratorin. Die Leute gehen nicht mal an den und sie haben ungefähr zwanzig Minuten Zeit für das zu bewiesen. Und sie hat sich nicht aufschlösen. Das ist ein Parabel, das ist ein Persiflage vom Kunstmilieu. Man hat relativ aufwendig und cinematografen gedreht. Also, da wollte man gucken, möglichst professionell zu sehen. und durch andere Bereiche, die dann dadurch ein bisschen unprofessionell daherkommen, um Kontraste aufzubauen. Also, wenn man sieht, so eine persönliche Enekdote, von denen ich erzähle, dann hilft das, dass ich muss erzählen, dass Boris Krimer an den Kanal gesprungen hat, um sein Handy zu gehen. Das war der Overture. Wir hatten das Kino Giorgione, der Cinematik, da hatte man effektiv ganz gefüllt an, also, außer den offiziellen von der letzten Zeit aus, da hatte man ein ganz toller Publikum und vor einer super Partie, da nur der Ausgang ist, dass der Boris ein Handy an den Kanal gefallen hat. Aber da gibt Meinungen, dass er nicht andere so eine Wehrdrage geheilt. Das ist aber schon zu lange hier, für eine historische Fassung. Er hat seinen Handy nicht gerettet mit mir, und er hat nur den Boris gerettet. Das hat einen spannenden Ofen gekriegt.